ja im nächsten zieler Prozent ja steve hat wenn es in Zukunft angefangen ja ich weiß einfach angefangen aufzunehmen ist aber egal wieder mit den beiden steve und Mrdika EP er schlanker keinen Account mehr machen der schlanker keinen ach kacke so warte mal Glock hier und wie zack ich finde Fahrzeuge ganz reizend, ich höre mir erst mal da vorne die Puppe an bei mir ist ein Bulle gerade da und äh so eine Bahn äh steck mal rein ich will mal stecken auf so eine Bahnstrecke ist... ich führe wieder Blaubarschmann und äh mehr Jungfrau ne Blaubarsch-Buh und mehr Jungfrau gut dass mir keiner zuhört naja sie führe an die zu, warte 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 äh da sind wir das hier mehr Jungfrau-Mann das ist so neu weißt du was ich auch rausgefunden hab? was ist da los? warte ich mach erstmal ein Screenshot davon so das ist ja ne von Blaubarschmann warte wie das aussieht wenn ich da mit meiner Muffel rausschieße komm lass uns lass uns mal ein paar Bullen herkommen warte 30 Euro naja irgendwann mal nur ein Blaubarsch-Bube ne 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 wo muss jetzt hin? ich erschieße ein paar Bullen ok ok ich bin an dir vorbeigefahren ok das ergibt mir so einiges was? a quank'n wagen krink'n wagen krink'n wagen wagen er schieße ein Gegner hey das könnte nicht äh mein Freund er schieße 1000 Gegner der von ner Pumpe angefrackt ich bin jetzt mal die Schaukel ne ja dies geil ich weiß gar nicht mal wo die wo steht mir eigentlich ich weiß auch nicht mehr ja jetzt kann ich nachgucken ähm auf der also unten rechts die Insel gell? mit dem Flughafen ja und wie soll ich denn das beschreiben? ganz rechts äh unten ist das so ein kleiner Zipfel gell? ja ja und da ist doch drüber so wie so ne ganz lange Straße die auch bis zum Flughafen führt ja und von dem ersten Bogen da aus ähm nach links das sind so warte ich hab's mir hier doch ich hab's mir hier in mein Lösungsbuch doch markiert kann er jetzt schlecht beschreiben ja warte ich hab's gleich quasi genau überm Zipfel ich hab mir das so alles markiert, bleib ganz immer ruhig ja aber ungefähr weiß ich es jetzt ich hab glaube ich nehm mal hin was nehm mal den na nehm man oh ja aber ich nehm die sogar mit was ist das denn? Kunknurk hin zu uns was sind das Kognos Kenti und ich finde auch so blöd ich hab die Karte über mir stehen ähm irgendwo unten rechts auf der Insofit Warte darf man nimmst kann man im Singleplayer rückwärtser äh vorwärtser gegen fahren man kann egal wenn man dagegen wenn ich würde ich würde ich würde ich immer wollen wir im Besten ich glaube im Singleplayer darf man nicht da geht äh weil sonst wird man aus der Scheibe gehören ne MoFoTorrat schnell ach ich versuch's einfach mehr als sterben kann ich ihn nicht ist von daher so das denn ich guck gerade auf die große Karte wo wo die Schaukel ist ich hab mir die doch markiert ich hab die auch woanders markiert ja sehr ruhig und sie hat irgendwo rechts und es gibt jetzt zwei Schauken ja das weiß ich eines glaube ich auf der zweiten und einen auf der ersten oder so komm mal nicht gern fuck was ist das hier für eine Gaymusik ey fällt mir jetzt mal mit dem Taxi sein oder wird wiii Alter wo ist der Radio Sender komm da ja ich hab's nicht markiert bin ich dumm ey ich fall dir einfach nach na ey ich weiß doch nicht wo die ist ich hab gedacht du weißt das ja ich hab's mir glaube ich schon markiert warte komm mit ähm ja oder ich fall dir einfach nach ja ich weiß auch nicht wo ich hinfahre ja warte einfach auf mich Alter wie kann ich's denn beschreiben ja wir werden's schon für noch nie ja ihr macht das schon wirst du überhaupt jetzt falsch gefahren ja ich weiß dass ich falsch gefahren bin ich weiß dass ich falsch gefahren bin das Ding zu fahren genau fahr einfach mal über die Baustelle ich fahr jetzt mal hier den Weg lang ich sterbe gleich dann spawn ich einfach bei dir ja ich versuche jetzt gegen die Schocken zu fahren die Zukunft der er beginnerten Leider die Sonnen kann man mit dem Motorrad drauf fahren ja mit dem Fahrzeug mit dem Heli ja aber ich wollte gerade Vorschlag machen mit dem Heli ist beigedreht was denn Germany 222 ich kenne die alle nicht 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 ja klar weißt du mich nicht richtig einstecken doch doch gar nicht aber wir wollen mal gucken ob welche Batches noch kann aufkommen ne Spaß kann man ja die nehme ich mal mit das kann die Ausfluss ne gar nicht als ich komme nicht auf die Schaukel wissen muss aber wir sind bei dem Bleu ist er nur wollte ich habe es schon mal geschafft mit der Schaukel hast du geschrieben dass du Jo schreibst ein Deutscher Deutscher hat er geschrieben er hat auch Trainer woher weißt du das? weil er es gefragt hat weil er heutzutage jeder Trainer hat außer ich habe keinen Trainer in der Rote Park ich steh mir mal ein Krankenwagen was macht es ist Team Steen Krankenwagen ist die Stil Stil ah ich beschimpfte nicht Steen mir einen Krankenwagen du bist auch sonst die ja man ach lol da sitzt noch einer hinten drin ich habe nicht behebbaren Fehler ich fahre mit dem Bus du hast das Spiel verlassen ich habe nur Shotgun na du hast das Spiel verlassen fuck Wollte beide bei mir und meinem Bus mit einsteigen in Nougatschnitten wenn du wieder drinne bist ich kann mir selber den Bus holen moha das war langweilig ich komme ich spiele wieder mehr der Jungfrau Mann und Oberschubel du hast was war jetzt los wie schnell ich gestorben ne ok ne ok habt ihr dem gesagt dass ihr aufnehmt ist doch egal muss doch nicht wissen ich nehme das selber gerade auf ich nehme das selber gerade auf ich nehme das selber gerade auf YouTube kann 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 jetzt schreibt er ja schreibt er wird lol nein zu dem wir nicht einsteigen können du kannst Geld in Fragezeichen ich kann sogar aus dem Bus daraus schießen Wien hat er so dumm da weiß ich immer wie das macht wie gehen Videos wo soll man sich mit aufnehmen nur dass das mit aufnehmen wo sind denn Tauben ey Tauben ich will Tauben erschließen komm ich springe aus dem Heli raus bestimmt eine super Idee Meerjungfrau äh Meerjungfrau Mann und Blaube Spube ja Gangster Jungen 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 Nahtl nicht so früh Jungen 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 ich frag mich ob sie die Jungen 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 2001 ist eingestürzt das Spiel kann 2008 raus der Grunde über Quark ganz eingebaut mit Jungen wir kaufen uns gerade gegenseitig mit dem Bus mit uns gerade gegenseitig mit dem Laten rein denn rein Einen Latten Ich bin so der Pooh Das ist der Zoll gebracht Wenn du einfach mal zu schnell fährst, ist der Hammer Jetzt hab ich eine Sanchez Ich hab gut gemacht WTF WTF Ey wo der Kevin schon wieder rumfährt ey Ja, ich muss den Leuten ja ein bisschen die Stadt zeigen Bevor wir Scheiße bauen Na ich weiß noch nicht was wir vielleicht machen könnten irgendwie Das nächste Mal machen wir ein Wettrennt doch, das ist ich auch das Spiel Da ist mir egal ob du reinkommst oder nicht, ich mach dann Wettrennt Wir können ja mal diese verschiedenen Modi machen Ja, das Wettrennen ist ja so eine Modi Im Endeffekt soll ich doch eh gewinnen oder? Was? WTF Was hast du gesagt? Wenn der vielleicht du ich doch gewinnen Muss nicht sein Ich hab jetzt ein Trick rausgefunden, wo ich den Trainer sogar benutzen kann, auch wenn er ausgeschalten ist Das macht überhaupt keinen Sinn Das ist geil Das ist geil Das ist geil WTF Das macht überhaupt keinen Sinn Das macht überhaupt keinen Sinn Ja, macht den Trainer einfach an Genau Ich hab einen Weg gefunden, um zu einem Ich hab eine Auto-Vorstellung Ja, heute zeigen wir euch die 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 jetzt das Spielverlassener Bogen für den Platz haben wir hatten junge leckmähliche Nüsschen Team ist es ich bin erst mal hier fett tiefliegen dann kommt der Helfe zu tun erinnert mich das irgendwie mal an Geschichte ich habe das alles in die Schule bist du ein Streber klar richtig logisch weiß ich kann damit nie rum zu 30.000 Schuss auf Autos krieg kein Stern nur was ist das gerade dann beruhig ich noch was sie in der Welt Traurisch mehr vom an denn nur später ich bin wieder weggefahren aufs Auer nachhaltig die geile Motorräder Wiener ist vorhanden aber stimmt ich kann die nicht starten Schieße wurde auf mich das auch nicht fein Loblo genau übertreib ich bin gleich tot da muss ich muss nur einmal den Penis am Reißverschluss wehtun dann ist Feierabend ist tot 932 1 ich habe das ein kleines Trick mal aber doch gibt es auch irgendwie so ein loll nein nicht runterspringen alter ganz langsam oh leu ich von hier was wegsnipern kann wie es bei mir hier andauern drückt nein ich bin gestorben fein nein nein hohoho b ich hab keinen Bock auf Freimodest ich lasse ich gleich mal einen hier wie sich die Autos rumbacken das ist wie alleine Deine Mama, Deine Mama, Deine Mama und Dein Papa. Ich zog er mit drei. Ach, fuhr. Der ist Dein schlalalalalalalala. Da muss ich halt alle in Rennen spielen gegen normale Leute. Und das sind auch schon welche wie Greil. Oh, oh, oh. Oh, wie ich es von hier ins Wasser schaffe? Oh, lol. Selbstgespräche, wa? Was denn? Was zog's jetzt, Dominik? Irgendwie drei. Ja, wie der einfach schneller ist mit Einheiten-Sultan. Ich hab so ne Karre hier. Loll. Tio. Hast du den Fernmüsschen raus? Ja, glaub schon. Ne, das ist ne Schiff-Rolle. Eine Korvette, meine ich. Schiff-Rolle. Okay. Ach, so kann man mutiger spielen. Texas Way, man geht in Führung. Jetzt schießt der Bobo noch. Der Bobo. Ja, könnt ihr euch machen, die Nase putzen, anstatt alles hochzuziehen. Neun. Neun. So. Von. Neun. Neun. Ala, wie mein FPS im Keller gehen, äh. Na, jeder, wie es verdient, gell? Was? Oh, das ist die Hände, so Pimmel. Oh, das ist die Hände, so Pimmel. Oh, na, what the fuck. Und lass uns fröhlich sein. Ne. Komm, ich sag da an, zum Beispiel an. Wollen wir rausgehen? Der ist das hier. Ah, Marius. Boah. Ah, Marius. Was? Oh, GTA 4 funktioniert nicht mehr, obwohl ich auf Benden gedrückt hab. Warum hat's mich auf Abweben besetzt? Ah, Marius ist online. Oh. Oh. Ich geh in Führung, wie lol. In Führung. Na, jetzt nicht mehr. Schweinerei. So eine... So eine Feuerball. Deine Mutter ist ein Feuerball. Was, deine Mutter ist ein Feuerball? Das wusste ich doch schon immer. Junge. Meine Mutter ist Pikachu. Deine Mutter ist Kroong. Cool, meine Mutter verdient ordentlich Kroong. Du solltest du nicht verdient. Ja. Du solltest du nicht verdient. Gangnam Style. Wupp, 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 wupp. Sexy Lady. Leider. Oh nein, mein Auto ist kampfenfähig. Cool. Scheiße. Ach, ich werfe Russgranate. Ey Kollege, allein bei deinem Auto. Ja. Ich hab sonst nix. Hacker Bitches. Auf Gacker Clan. Ja, Hacker muss grad du sagen. Wieso denn ich? Ich hack doch nicht. GTA 4 Trainer. Hack. Das ist ein Tweet. Das ist ein Vorteil. Das ist kein Hack. Das ist ein Vorteil. Hacken ist alles, was in Systeme andere IT-Bereiche eingreift oder irgendwie sowas. Und das ist auch ein Trainer. Cool, Molotow Cocktail kann man sich während man drüber fährt aufheben. Cool. Schmeiß doch direkt mal einen aus dem Fenster. Terminal. Ich bin ein Feuerteufel. Ich mach überall Molotow hier. Miau. Ich hab einen Spaß mit Molotow. Ich hab einen Spaß mit Molotow. Ja, lo, lol. Ja, 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 jo, lol. Vor allem es liegt auf der Strecke nur ein Medikette. Schweinerei. Da schwebt ein Auto. Sehr geil. Oh, ich schwebe übrigens auch. Lol. Schwertig aufgegabelt. Hammer nice.